Hallo Freunde der Spiegel-Tour und willkommen zurück bei Zelda Scroll 2, ne ha, Zelda Scroll Online, Tezo, in Summer's End. Wir haben gesagt, wir werden uns auf den Weg machen in das Kloster letztendlich, wo wir uns umgucken sollen. Betritt das Kloster der gleichmütigen Harmonie. Und, mir hat jemand gesagt, wo sind denn letztendlich deine Reittiere? Hier. Aktivieren. Umbenennen. Gebt eurem Reittier einen Spitznamen. Lauser, wie mein früherer Hund. Jemand hatte nämlich gesagt, wie man... Moment. Wie setze ich denn jetzt auf? Naja. Es ist natürlich schon aufgefallen, dass ich jetzt kein Profi bin in dem Spiel. Was jetzt nicht so schlimm ist, dann kann man wenigstens die Geschichte ein bisschen verfolgen. Weil ich weiß, das ist ja schon eine vollwertige Geschichte, dass immer wieder neue Kapitel rauskommen. Und jeder kann ja mit jedem spielen. Das ist auch schon dem einen oder anderen aufgefallen im Hintergrund, weil Zelda Scrolls Online ja keine Item-Spirale hat. Also, äh, also Gegner werden dem Spieler angepasst vom Schwierigkeitsgrad. Möchte ich auf dem Weg die Nebenquests machen? Mara, steh mir bein. Mara, ein Abenteurer? Gepriesen seist du, Mara, dass du meine Gebete erhört hast. Bitte, Neuankömmling. Ich suche verzweifelt nach Hilfe. Mein Sohn Aratel ist verschwunden. Niemand will mir sagen, was mit ihm geschehen ist. Ah, ganz ruhig. Erzähl mir erstmal, was geschehen ist. Ja, tut mir leid. Als ich ihn das letzte Mal sah, war er ganz aufgeregt, verängstigt. Ich fragte ihn, was denn los sei. Doch er ging ohne ein Wort. Später kamen dann die Wachen. Sie meinten, er hätte sich gestellt, dass er in einen Komplott verstrickt wäre, unseren Sapjarchen Alcanta zu töten. Ihr sagtet, er hätte sich gestellt? Ist er es nicht in seiner Zelle? Nein, er ist verschwunden. Sie sagen, er wäre ausgebrochen. Ist das zu fassen? Warum sollte er sich denn stellen? Nur um dann ein paar Stunden später wieder auszubrechen. Die verbergen etwas, ich weiß es. Bitte, Keroval, helft mir, meinen Jungen zu finden. Er würde nie jemandem etwas zu leide tun, ich schwöre es. Ich werde ihren Sohn natürlich suchen. Ihr habt ein goldenes Herz, Neuankömmling. Keiner meiner Nachbarn wollte auch nur einen Finger krumm machen, um ihr zu helfen. Die Wachen haben Aratel in eine Zelle unter dem Herrenhaus der Sippenfürstin gebracht. Man hat mir gesagt, dass sich der Justiziar der Haft gerade dort aufhält. Ein Meer namens Talerion. Er muss etwas wissen. Hört euer Sohn irgendeinen Grund, diesen Sapjarchen Alcanta zu töten? Nein, Alcanta behandelt uns wie seine Familie. Aratel ist Alcantas Lehrling, wisst ihr? Er war so stolz, als seine Bestätigung dafür durch war. Aber er war etwas zurückgezogen. Ich habe Abrax-Schriften in seinem Zimmer gefunden, aber das ist nur eine Phase, oder? Abrax? Und diese Abrax-Elfen schreiben eine Menge? Gibt es denn Abrax-Elfen hier in Schimmerheim? Obwohl ich da nicht dran glauben sollte, weil sonst wären sie ja nicht verstoßen. Gerüchteweise lebt eine berühmte Abrax in der Stadt. Man nennt sie die Mutter der Ratten. Aber ich habe sie nie getroffen. Selbst wenn ich das täte, wäre es mir auch verboten, mit ihr zu sprechen. Das klingt schrecklich, nicht wahr? Aber so ist die Lage nun mal hier, fürchte ich. Dann lebt er es mal wohl. Ihr da. Ich habe ein... Verdammt! Warum? Habt ihr einen goldenen Ritter gesehen? Ich habe keine Ahnung, was das war. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es wissen will. Zeitreisende? Kennen wir dich nicht? Ich weiß nichts von... Ihr sagt, ich habe Gold gewonnen? Achso, er lenkt ihn gerade ab, dann wäre einfach ins Kloster reingehen können. Gewieft. Damit ich mich hier umschauen kann. Untersuch das Kloster. Und klau erst mal was. Guck mal, ein Rezept für ein Flankensteak. Was ist denn hier? Links all. Add Babb Bilder. Ich freue mich über euren Vorschlag, euch in unsere geliebte Abtei versetzen zu lassen. Nur zu gerne lasse ich meinen Einfluss spielen, um dies zu ermöglichen. Besonders nach dieser aufschlussreichen Unterhaltung, die wir bezüglich des radikalen und ehrlich gesagt gefährlichen Erlasses von Königin Eiren hatten. Ich freue mich darauf, mit euch zusammen dafür zu sorgen, dass nicht nur Schimmerheim, sondern ganz Sommersend ein sicherer und behüteter Ort bleibt. Euer Plan, Neuankömmelige unter Arrest zu stellen und zu überprüfen, ob sie für ein Leben in Schimmerheim geeignet sind, ist ein Geniestreich. Wenn wir feststellen können, wer die Eignung und das Naturell hat, ein produktives Mitglied unserer Gesellschaft zu werden und wer nicht, können wir Unruhestifter und desinteressierte Vagabunden aussortieren, bevor ein Schaden entsteht. Die Lösung ist nicht perfekt, aber sie wird ausreichen, bis wir die unerwartete Königin dazu bringen können, diesen Befehl zurückzunehmen und all die Nebara die Unwillkommenen dorthin zurückzuschicken, wo sie herkommen. Schickt meine Liste der Kandidaten, die ihr als geeignet für ein Leben auf Sommersend erachtet. Ich bin mir sicher, die stellvertretende Königin Alvinave weiß es zu schätzen, wenn wir für sie dokumentieren, wen wir in unser Land einwandern ließen und wen wir wegschickten. Ich bleibe dabei, Sommersend ist unantastbar. Soll Auridon sich doch um die anderen Völker kümmern. Schließlich verbringt unsere geliebte Königin ohnehin den Großteil ihrer Zeit dort mit ihren Katzen und Waldelfen. Sie freut sich sicher über ein bisschen mehr Gesellschaft. Sippenfürstin Arvinisse Also, dass die dagegen sind, war ja schon vorher klar. Nicht jetzt bitte. Euer spirituelles Wohlergehen kann bis nach meinem Nickerchen warten. Es ist dringend. Wo kann ich die Leute finden, die festgehalten wurden? Da werdet ihr einen der Mönche fragen müssen, die der neue Aldarch mitgebracht hat. Sie kümmern sich um alles, was die Überprüfung und die nähere Einschätzung der Neuankömmlinge angeht. Ich bin nur ein einfacher Mönch, der versucht, ein wenig Schlaf nachzuholen. Das war übrigens ein Wink mit dem Zaunfall. Ruhe! Ihr müsst doch zumindest irgendeine Ahnung haben, wo sich die Neuankömmlinge festgehalten werden. Immerzu diese Fragen wegen der Neuankömmlinge. Was schert euch die Komplexität der altmärischen Bürokratie? Aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, sie wurden zwecks Erfassung und weiterer Behandlung in die Gruft gebracht. Jetzt haut ab! Okay. In die Gruft. Aber es gibt doch bestimmt noch mehr zu untersuchen hier. Kann ich vielleicht noch irgendwas finden? Was keiner braucht? Hat euch irgendwer gesagt, dass ihr hierher kommen dürft? Ich glaube nicht. Tut mir leid. Jetzt bin ich hier. Ich kläre ungeklärte Verbrechen auf. Ätherische Fragmente. Da kann man jetzt nicht erwarten, dass ich das komplett vorlese. Der Preis der Bräuche. Weil dann machen wir hier eine reine Erzählstunde. Ah, Liste unter Quarantäne gestellter Gäste. Argonia 4. Geschlecht unschlüssig. Wer weiß das schon bei den Schickschwimmern. In die Wartezellen schicken und unverzüglich Entziehung einleiten. Nord 1. Männlich spricht ständig von irgendetwas, das er Kulturaustausch nennt. In einer Restzelle schicken. Aber unsere Kulturen sind doch wichtig. Wir müssen voneinander lernen und in Zukunft uns gegenseitig helfen. Irgendwann kommt er bestimmt. Ja, euer Inventar ist voll. Oh, da sitzt ja einer. Aber er scheint sich nicht sehr dafür zu interessieren. Benutzt diesen Gegenstand, um eurer Bibliothek ein Buch hinzuzufügen. Handwerksstil der Wilden erlernen. Errungenschaft freigeschaltet Eben-Sammler. Es tut mir so leid, dass ich euch bestehle. Die Kiste ist leer. Noch mehr Regale. Obwohl, in Regalen siehst du dann, ja, ist überwiegend dann Geschichtskram. Ähm, warum schleicht er hier durch? Ich glaube, weil er denkt, er muss es tun. Shit, wie stecke ich meine Waffe wieder weg? Lix Oil sagt, Hide, you fool! Ich glaube, ich darf mit den Wachen nicht so viel interagieren. Dunerischer Tuck. Ah, ein netter anderer Spieler. Lieber, wir sind auch hier. Das heißt, jetzt geht's. Stupid high elf, they are high. Ich weiß nicht, was die Echse von mir will. Mich hat nur einer angesprochen und hat gesagt, warum sind sie überhaupt hier? Warum dürfen sie hier rein? Und dann habe ich hier plötzlich angefangen, Sachen leer zu räumen. Wegen meiner Keptomanie. Ich denke auch nicht, dass wir durchgehend getarnt sein müssen. Ach, da ist die Gruft des Klosters, da komme ich aber nicht rein. Er kommt da rein, weil er irgendeinen Schlüssel gefunden hat bestimmt. Den ich nicht habe. Wo ist der schlafende Mönch? Erzählt mir vom dem Aldachen und den neuen Mönchen. Komisch. Und was meint ihr? Gibt es noch etwas, was ich über dieses Kloster wissen sollte? Das Kloster sollte ein Ort der Ruhe und der Meditation sein. Aber der Aldaich hat uns bis auf weiteres geschlossen. Das bedeutet, dass Alarm geschlagen wird, falls euch einer der Mönche entdeckt. Ich, ich habe euch nie gesehen. Ach, wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigen würdet. Auf mich wartet mein Nickerchen. Klappt also total super. Mit, dass die Mönche mich nicht entdecken dürfen. Ah, da wer auf H kann ich Reiten machen. Ne, was soll ich? Da wäre ich aus irgendeinem bestimmten Grund da nicht rein. Hm. Irgendwo muss ich doch noch was finden können. Einen Schlüssel. Oder Irgendwas anderes. Aber den kann ich nicht bestehlen. Den scheint auch ziemlich egal zu sein, dass ich hier bin. Warum seid ihr hier? Verschwinde, du Parasit. Oh nein, es wurde ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Ich bin gar nicht mehr hier. Ihr könnt nicht bleiben, das dürft ihr einfach nicht. Oh, macht mich jetzt nicht fettig. Weil ich mir noch vorstelle ist, dass irgendwo ein Schlüssel versteckt ist. Obwohl die Gruft, da stand nichts dran, dass ich einen Schlüssel brauche. Und die andere Tuse, die läuft auch einfach so hier rum. Und die andere Tuse, die ist nicht fettig. Ach, guck mal, hier ist eine Markierung. Eine Kluftperle. Ungewöhnlicher Krimskrams für ein Aldachenzimmer, nicht wahr? Ich sah euch hier herumschleichen, als ich hier selbst gerade ein bisschen herumgeschlichen bin. Ich schätze, wir beide sind mit ähnlichen Absichten zu diesem Kloster gekommen. Und welche Absichten sollten das sein? Die festgehaltenen Neuankömmlinge. Ich bin hergekommen, um herauszufinden, was mit einem Freund geschehen ist. Ich vermute, das hat euch auch hergeführt? Ein Haus der Verehrung sollte nicht als Gefangenenlager missbraucht werden. Und es sollte auch nicht vor der Öffentlichkeit verschlossen sein. Hm, ich habe schon einmal so eine Perle gesehen. Da waren seltsame Kreaturen aber in ihrer Nähe. Wie seid ihr überhaupt an den Wachposten vorbeikommen? Wahrscheinlich wie ich einfach vorbeigelaufen. Der Wachposten scheint euch auch nicht aufgehalten zu haben. Daher könnte ich euch die gleiche Frage stellen. Einigen wir uns darauf, dass wir beide unsere Mittel und Wege haben. Sonderbar. Aber ich habe das Gefühl, dass in Schimmerheim mehr im Spiel ist, als die üblichen politischen Spielchen und das Beziehungsgeflecht in einer Gruppe. Was könnte noch hier vor sich gehen? Das ist die Frage, mein vorsichtiger Freund. Wir haben einen neu eingesetzten Aldarchen und eine verärgerte Sippenfürstin, die sich beide dem Erlass der Königin entgegenstellen. Welche Verbindung hat das zu den verschwundenen Neuankömmlingen? Ich wollte gerade die Gruft erkunden. Wollt ihr euch uns anschließen? Gerne. Wir treffen uns dann dort. Eine merkwürdige Perle. Woher der Aldarch sie wohl hat? Ist sicher nicht so wichtig. Ich treffe euch in der Gruft. Dort klären wir das Schicksal der Neuankömmlinge. Guck gerade nur. Das ist ein Beidhänder. Weil irgendjemand hatte geschrieben, Magier kämpfen natürlich mit einem Stab. Was mache ich? Ich renne in einer schweren Rüstung rum und versuche Leute zu verprügeln. Obwohl ich da auch schon den Tipp gesehen habe, man sollte drei Ausrüstungsgegenstände von jeder Art tragen, um alle Rüstungen zu verbessern. Kann ich von beiden Seiten in die Gruft rein? Ne, diese Seite ist zu. Müssen wir auf die andere Seite rüber. Ah, jetzt darf ich. Befreit die Gefangenen. Schaut, ob ihr ihr helfen könnt. Den göttlichen sei Dank. Ihr seid keiner der Mönche. Bitte lasst mich hier raus. Warum hat man euch in einen Käfig eingesperrt? Es ist ein Albtraum. Wir kamen nach Sommersend, um unser Glück zu machen. Kaum sind wir vom Schiff runter, werden wir schon ins Kloster verfrachtet. Anstatt uns zu befragen oder mit der sonstigen Hochelfenbürokratie zu belästigen, haben sie uns in diese Käfige gesperrt. Es sind nur wenige von euch hier. Wo ist der Rest der Neuankömmlinge? Die Mönche haben sie vor ein paar Augenblicken zusammengetrieben und durch die Tür auf der gegenüberliegenden Seite des Raums geführt. Bitte lasst mich hier raus, bevor sie mich wegbringen wie die anderen. Okay, ich schließe auf und dann schaue ich mal, was im nächsten Raum drin ist. Was ist das? Vielen Dank, dass ihr mich befreit habt. Was macht ein toter Scarfin in einem Kloster, das den Acht geweiht ist? Eine hervorragende Frage und eine, auf die ich hoffentlich eine Antwort finde. Ausgehend von den Beweisen vor uns scheint es, als hätte dieser Nord den Scarfin getötet, bevor er selbst seinen Wunden erlegen ist. Gut für ihn. Ich habe diesen Schlüssel am Gürtel der Kreatur gefunden. Damit können wir diese Tür öffnen. Hm. Dort haben die Mönche laut dem Gefangenen den Rest der Neuankömmlinge gebracht. Dann schlage ich vor, dass wir einen Zahn zulegen. Wir müssen herausfinden, was wirklich hier unten vor sich geht und wer hinter all dem steckt. Ohne Antworten auf diese Fragen können wir nicht entscheiden, wie wir sinnvoll fortfahren sollten. Und was ist mit eurem vermissten Freund? Ich erkläre später alles. Jetzt müssen wir uns beeilen. Mach nicht die Tür auf. War es die Einzige, die hier rumgehockt hat? Wahrscheinlich die Einzige, die ich befreien durfte. Ha, Schweinefleisch. Und ein Sack mit Seegras. Mehr Neuankömmlinge? Leider wirkt die Magie nur auf jene, die darauf vorbereitet sind. Aber keine Angst. Ihr kommt auch noch dran. Dädrische Kultisten? Hm. Ich glaube, hier passiert was. Hm. Hm. Die Magie der Perle zieht diese Wesen an. Haltet sie auf, während ich den Zauber beende. Boah, geht die Ausdauer schnell weg rechts. Die Magie der Perle zieht diese Wesen an. Die Magie der Perle zieht diese Wesen an. Die Magie der Perle Ja, ich will hier raus. Vor allem habe ich solche Kreaturen schon vor der, vor der Mauer gesehen. Moment, ich will erst looten. Sollte hier nicht noch irgendwas liegen? Anscheinend nicht. Oh, eine Urne. Anscheinend nicht. Das Labyrinth der Gruft. Jetzt müssen wir natürlich nochmal querfeldein, oder was? Diese armen Leute. Hier ging es nicht einfach nur um Neuankömmlinge und darum, sich dem Erlass der Königin zu widersetzen. Das da hinten war Dädrische Magie. Ich wünschte nur, wir wären ein paar Augenblicke früher eingetroffen. Was ist denn mit der Perle? Habt ihr sie zerstört? Ich hatte versprochen, das zu erklären, was ich weiß. Das kann ich genauso gut jetzt machen, schätze ich. Ich gehöre zum Psijik-Orden. Unser Ritenmeister schickte mich los, um eine Warnung zu untersuchen, die wir erhalten haben. Und laut der es ein Komplott gegen Sommersend gibt. Meine Nachforschungen führten mich hierher. Hm, ich habe Oriandra vom Psijik-Orden getroffen. Oriandra ist in der Tat Mitglied unserer uralten magischen Ordensgemeinschaft. Wir dienten den Herrschern Tamriels einst als Berater. Doch das war bevor wir unsere Inselheimat aus der Welt entfernten. Erst diese Bedrohung hat uns zurückgeholt. Aber warum seid ihr an all dem beteiligt? Ich arbeite mit Rasumdar zusammen, einem der Augen der Königin. Aber was ist mit der Perle geschehen? Ein Auge der Königin? Interessant. Ich habe die Dädrische Magie zerstreut und die Perle zwecksicherer Verwahrung und eingehender Untersuchung nach Atheon auf die Insel der Psijika geschickt. Wir können das näher besprechen, sobald wir hier rausgekommen sind. In Ordnung. Dann mal los. Jetzt kommt der Part, wo man Leuten auf die Fresse haut. Errungenschaft freigeschaltet, überlegener Plünderer. Das ist genau mein Ding. Oh, dein Inventar ist voll. Oder kauft euch Taschenplätze. Wir wussten alle, dass dies passieren wird. Wer bist du denn? Ach so. Ein Spieler. Rang 3 bei dunkler Magie erreicht. Endlich gibt es auch mal ein bisschen Loot, auch wenn es nur Gold ist. Komisch, komisch. Der andere scheint auch ein Magier zu sein. Aber der rennt nicht in der schweren Rüstung um wie ich. Ich habe einen Zauber unterbrochen. Jetzt bin ich Profi. Oh, ein Eisengürtel. Das hat doch alles keinen Wert. Ja, jetzt geht es richtig los hier. Ich habe keine Ahnung, warum ich genau diese Ausrüstung finde. Moment, was kann das? Kräftigen, der erhöht euer maximales Leben um 800. Annehmen. Und der Zinnring ist nur... Zierle. Moment, da kommt euer Gegner. Ich überlebe gerade. Was der andere Zauber da unten nochmal war. Nein, ich will nicht schleichen. Oh mein Gott. War jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um Fertigkeiten nachzugucken. Es wäre der richtige Zeitpunkt, um den Hund auf den Rücken zu legen und zu sagen, bitte sei still. Es gibt Leute, die möchten gerade gegen Hexen kämpfen. Ach, da ist mein Hilfstyp. Ich bin zu weit vorgelaufen. Lass mich raten, du wirst gerade geheilt. So, Rang 3 bei Seelenfalle erreicht. Und ich habe aus Versehen einen Arsfresser getötet. Aber es passt alles schon. Mana fühlt sich ja auch wieder auf. Obwohl ich da wirklich kein Gefühl habe, wie man das letztendlich richtig managt. Ach ja, warum hat der Nachbarhund nur ein Chip bekommen und muss den ganzen Tag jetzt rumbellen? Mein Hund ist mich eigentlich kein Kläffer. Er kläfft wirklich nur, wenn er andere Hunde hört. Ich bin übrigens total unschlüssig, die ich aber aus der Ego-Perspektive spielen soll, so wie ich das kenne. Oder aus der Third Person. Das hat beides Vor- und Nachteile. Aus der Ego kann ich besser sehen, wenn ich einen Zauber abbrechen muss. beziehungsweise nicht abbrechen, sondern unterbrechen muss. Kommen wir jetzt endlich mal aus der Gruft hier raus? Eine Worte. So, und nochmal. Das war wohl irgendwie eine Abbildung von ihm. Ja. So, dann ist er aber auch tot. Und mit dir kann ich reden gerade? Ah, nee. Wollte schon sagen. Dass sonst Garfin schuft. Aber entkommen ist ja alles. Ah, das ist auch schon der Ausgang nach Sommers End. Tja, und jetzt werde ich meinen Hund beruhigen und an der Stelle erstmal breaken. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir jetzt darüber reden, ne, letztendlich. Was denn der Kult hier macht. Und dann bereite deinen nicht gerade auf körperliche Aktivitäten vor. Lass das Auge der Königin wissen, was wir entdeckt haben und wir sehen uns später wieder.